Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir zusammen den Legendenauftrag von Nahida und zwar Sapientia Oromastes 2. Akt und hier bin ich natürlich auch schon in meinem Journal. Zurück in die Heimat, wie geht's nach Hause? Geht's zum Eingang der Stadt Sumeru und eines Tages stößt du und Palmen vor dem Stadt der Tor auf ein bekanntes Gesicht. Genau. Genau, das machen wir jetzt. Das Übliche hat überall hinreisen. Hm? Wie ist das? Das ist sicher der Einfluss von Immensoll. Kannst uns gerne davon erzählen. Dankeschön. 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 Danke. Dankeschön. 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 . Trommelkäppchen ist auch eine sehr gute Pilzbestie. Okay, lass uns gehen. All right, leid the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. True. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'll already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. What is that? What is that? Achso, that's an ungedrehter Pilzbestie, lol. Was das so seltsam aus. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Hmm. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. Hm? What is it, Nahida? Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Das heißt also, sie ist neusserlich eine Pilzbestie? Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes. And I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you. As well as the stranger and creature next to you. It can talk! Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon just... Paimon! Hello Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Oh, uh... Well... You need to take it seriously. It's no big deal. But... Does Paimon really look so dumb that people might think, Paimon doesn't know how to talk? You must understand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms, but completely different interiors. Just like fungi and slimes. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon! You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. I was confident that I knew of all the creatures into that. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time. Possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us. Twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse. Yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It's said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes. How could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met there, and I'm not sure who else is still alive. Don't worry. I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Arunara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah! They'll give us a hand! Give me a moment. I'll contact them right now. That should do it! It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Hmm? Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I... I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. Good. Is immer noch, wie geht's nach Hause? Hmm. Interessante Story auf jeden Fall. Wird die Legendenaufträge eigentlich immer ziemlich interessant. Die verschwommenen Erinnerungen? Die verschwommenen Erinnerungen? Die Legendenaufträge ist komplett identisch zu dem Fungus. Was? Es gibt eine Verbindung zwischen der Pilzbestie und dem Kristall? Ja. Genau. Die Propheze, die ich erwähnt habe, war wahrscheinlich eine Verbindung mit einem Elemental-Liveform die einmal auf die Reise representierte. Ich musste mit dem Verbrechtigen Wissen zu retten, um zu retten ihre Lande zu retten. Der Prozess, wie gesagt, hat sich ein paar von meinen Erinnerungen verloren. Die Sequenz von Erinnerungen würde erklären, die persistente Gefühl, dass ich nicht fertig war. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Too bad, dass sie uns nicht mehr erzählen kann. Ja. Ich habe versucht, zu denken, ein Ort, das die Beschreibung ihrer Lande befindet. Aber ich kann nicht mehr mit nichts. Dann müssen wir es weiter untersuchen. Entstanden. Ich möchte sie wirklich nach Hause senden, damit sie nicht mehr überwinden müssen. Die Straße hier ist ein bisschen schwer. Ich stehe den Weg. Keine Worte! Heimann kann jeder Straße! Ah! Enemies! Geh auf, Traveller! Solidify! I will have order! Rain Cutter! Huh? Rain! Outline! Firehazard! How do we need you on this one? Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the Apocalypse. Uh, hey! Paimon has the meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible! The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason. So you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Hmm. Putting it as simply as possible, changing form requires energy. And energy comes with time. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly. Nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a turn for this. It's called growth. Ah! You're so smart, Nahida! Paimon gets it now! Das Elementarwesen kann auch gut Metaphern verwenden. Growth! I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. What else to do? Why don't I tell you a story? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Bleh. Oh, no! Paimon was just curious! Paimon isn't that tired! He seems to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't we fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry you later! We have monster! We have monster! I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fun guy we ran into earlier? Yes. One was my friend and the other was my child. Why can't your kids speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Oh, then it must be a really cute name! You know, like Bongo Head! Hmm, you have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great! Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. Hehehe, that's right! The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. It's... It's name is... I'm sorry, but I've forgotten. Ah, it seems like I've forgotten many important things. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Yes, this way. We're almost there. Yes, this way. We're almost there. The Wuthering! Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. I... Paimon doesn't understand. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the Wuthering. Yes. I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So... This is how the Wuthering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the Wuthering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the Wuthering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the Wuthering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere. Until the world suddenly lost all its color, and became tainted and murky. But it's alright. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the Wuthering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could've... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. Das kann ich alleine machen. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be over cautious when dealing with a highly venomous snake. But when all that's left is a skeleton, there's nothing to worry about. Na gut. Uh, Pyna doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? So let's do this. We've dealt with the Wuthering countless times already. Um ... That's it's cool. Well... But yeah, I...I have actually... ...so...sehr wenige Verwirkungen entfernt, muss ich ehrlich gestehen. Zu meiner Schande. Ich bin nicht gerade aktiv, was hier Verwirkungsentfernungen angeht. Also, von...keine Ahn...sagen wir mal, es gibt 30. Ich glaube, das ist ganz gut geschätzt. Ah, vielleicht 5 oder so. Aus keinem bestimmten Grund, einfach. Keine Ahnung. Ich suche sie nicht aktiv. Ja, wo zum Teufel schießt die hin? Warum ist ihre Elementarfähigkeit nicht aktiv? Was? Was ist passiert? Und boom. Kriegen wir eine Truhe? Sagen wir nicht, wir kriegen keine Truhe. Oh mein Gott. Wie ich erwartet habe, ist die letzte meiner Kindheit, die ich bewusst bin. Also konnte es nicht nach Ende machen. Wenn nur es nur ein bisschen länger hätte. Ich hoffe, dass du frei von dieser Schmerz, nachdem du zurückgekehrt. Nur denken, wie viele Lebensformen Elemental haben sich in Tumors des Widerings verändert, macht Paimon schuld. Es ist okay. Wenn es Elemental noch existiert, dann werden wir immer wieder sein. Eine Form externe ist nur ein Gift von Zeit. Durch die Veränderung kommt die Veränderung, und sogar die Veränderung von vorherigen Formen. However, unsere true Natur ist nicht so schnell verletzend. Es hätte nicht so sein können, wenn wir sie früher. Aber ich werde sie alle. Selbst wenn es nur für die Wälder und all die Lebensformen, die dort leben. Danke, Lord of Dendro. Also, es war eine wunderschöne選ung für uns, um unsere信 in dich zu warten und warten. Hold on, ich denke, ich habe etwas. Oh, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, sie haben einen Fungus, der matcht mit der Beschreibung, die ich ihnen gegeben habe. Es ist aktuell nicht bewusst. Es muss sein, dass sie in einer ähnlichen Situation wie ich war. Wir müssen schnell und gehen und schauen. Okay, folgen mir. Wenn sie aufgeschreckt werden, ist ein Kampf unausweichlich. Wenn sie aufgeschreckt werden, ist ein Kampf unausweichlich. Es ist wichtig, dass sie uns sehen können. Kein Kampf. Es sind alle ihre Familie. Obwohl wir an unterschiedlichen Fähigkeiten sind, haben wir lange leben in den Fungi. Sie sind sehr wichtig für uns. Sie können uns rechtlich sein, wenn wir versuchen, zu kommunizieren. Was müssen wir tun? Du bist der einzige, der kann es durchführen, richtig? Aber du brauchst die Kraft der Nähira, wenn du diese Fungi schaffst. Ich habe eine Idee. Kannst du mir lernen, wie sich in eine Fungi verändern? Du willst sich in eine Fungi transformieren? Aber wir haben keine Zeit für die Verwaltung. Nähira ist ein Gott. Veränder sich in eine Fungi sollte ein Stück für sie sein. Selbst die Gäste können nicht die Verwaltung der Zeit so schnell. Dann müssen wir mit dem Risiken zu bemerken. Wir können nicht ein Fungi sein. Aber wenn man ein paar von meinen Macht garantiert wird die Sicherheit von dir und ihrer Familie, dann bin ich bereit, zu versuchen. Okay. Du hast großartig Elemental Macht, also du kannst es tun. Du musst nutzen die Macht equal zu dem, was es braucht, um die Grenzen zu spüren. Okay, ich bin bereit. Ich werde dir das Wichtigste Wissen, was ich habe. Das sollte die Verwaltung ein bisschen einfacher machen. Okay, ich bin bereit. Veränder sich in eine Fungi sollte eine sehr interessante Erfahrung sein. Herr von Dendro, das ist nichts zu spüren. Ich bin sehr ernst. Ich bin sehr interessiert über das. Hm? Wie bin ich. Ich bin überhaupt nicht schockiert. Okay, okay. Wir werden nicht hier verhängen. Wenn es wirklich möglich ist, um ein Fungi zu sein, dann warum wir ihn jetzt versuchen? Okay. Okay. Good luck, Lord of Dendro. Wow! Du hast wirklich einen Fungi in einem Fungi. Wie fühlt es sich an? Es ist eigentlich nicht so schlecht. Meine Perspektive in dieser Form ist nicht anders als bisher. Der unkonschene Fungi ist hier unten. Kannst du alle helfen, mich zu entscheiden, welcher es ist? Oh. Wie machen wir das? Ich werde sie befinden, während du deinen Weg nach oben geht. Du solltest sie identifizieren, indem sie Elemental Sight, weil sie Elemental Lifeforms sind. Dann, all du musst tun, ist, dass du die richtige Antwort in deinem Kopf hast. Als ich dich sehen kann, dann kann ich deine Antwort hören. Okay, gott. Lass mich die Fungi auf dem Fungi weglegen und für dich einen Weg machen. Okay. Good luck, Nahida. Let's go, Traveller. Wait, muss ich was machen? Oder schauen wir nur zu? Ich glaube, wir schauen nur zu. Oh. Links. Oh, oh. Es wird halt so viel schneller gehen, einfach alle Pilzbären zu besiegen. Aber ja, wir sollen es nicht machen. Ich habe so ein lustiges Meme gesehen über die neue Version. Wait, wie sollen wir denn jetzt hinkommen? Ist eigentlich offensichtlich die Pilzbeste, die auf dem Rücken liegt, ist es. Das ist doch klar. Was ist falsch? Ich wusste nicht, dass es so schwer zu verändern, dass es so schwer zu verändern ist. Ich habe sogar die Techniken, die es gefordert mir. Ich denke, dass es so schwer zu verändern ist, dass es so schwer zu verändern ist. Die Stream Team ist nicht einfach. Ich denke, dass es so schwer zu verändern ist. Ich denke, dass es so schwer zu verändern ist. Ich habe wahrscheinlich nicht so schwer zu verändern, aber ja, unser Haus ist das Dendro-Dragon. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Ich denke, das Dendro-Dragon ist, wie ein Elemental-Dragon, wie Divalin? Ja, sie sind beide Drogens, aber Epep, der Dendro-Dragon, hat lange gelebt und hat einen starken Elemental-Dragon verwendet. Aber ich verstehe nicht. Warum würdest du sagen, dass deine Zuhause ein Drogon ist? Weil wir in der Dendro-Dragon leben leben. Das ist ein bisschen weirrt. Insofern, sehr großartig. Mäuner, Wasser, Bäume, uns. Es gibt ein ganzes Welt in der Dendro-Dragon. Der Dendro-Dragon hat die frühmögliche Formen vorhanden, und hat uns in sich beschädigt. Es hat uns einmal gesagt, in einem majestischen Spruch, dass, als wir endlich zu werden, können wir in einem neuen Welt beginnen. So wie der Dendro-Schleim junge Schleime hervorbringt. Ja, ein sehr guter Beispiel. Es scheint, dass du viel smarter bist als Paimon. Die einzige Unterschiede ist, dass der Dendro-Dragon ist viel, viel größer als ein Dendro-Schleim. Warte. Dann, wenn das so ist, ist, dass das auch ein PEP auch wurde verabschiedet von Verlust. Ja, das ist richtig. Was hat plötzlich gemacht, dass du so Angst hast, Herr Dendro? Ich habe noch nie gesehen, dass diese Sprache auf dich vorhin. Ein PEP ist die größte Lebensformel-Schleimung der Welt. Das Verlust-Schleimung sollte sein Teil ihrer Körper ein lange Zeit haben. Das bedeutet, dass wenn alles die Verlust-Schleimung erneut werden, dann eine große Verlust-Schleimung wird auch innerhalb der Dägen. Ich glaube, so. Seine Körper und seine Körper haben wahrscheinlich schon in eine schlechte Formel für ein paar Zeit. Nein, ich habe nicht gesehen, dass ich eine PEP gesehen habe für so lange gesehen habe. Aber wie wurde die Verlust-Schleimung? War es wegen der Verlust-Schleimung von King Desherit? Hm. Aber in Ordnung, eine PEP disappeared und hat schon seit dem Zeitpunkt geschehen. Sie hat sich nicht erwähnt. Sie hat sich nicht erwähnt. Sie ist wahrscheinlich in der Schleimung als wir sprechen. Sie ist nicht erwähnt. Ist die Rettung des Dendro-Drachen also diese wichtige Sache? Ja. Wie konnte ich es vergessen? Wenn der Dendro-Dragon nicht zu halten, dann wird die Elemente-Elemente in dem Raum nicht mehr erlangen und es wird alles verbreitet. Die Elemente-Elemente-Elemente von dieser Konzentration wird die Reinfurte überwachsen. Nein, da berührt dich etwas. Hey. Nein. Die Macht fühlt sich sehr nahe. Wie etwas von unserer Familie, aber ich weiß nicht, was es ist. Entschuldigung, dass unsere Erinnerungen nicht sehr verbreitet sind. Es ist okay. Ich werde mich mit meinen Helpern besuchen, wie ich vorhin habe, und sehen, ob sie können Ihre andere Familie befinden. Ich bin auf Sie alle. Ihre Info ist wichtig für uns jetzt. Wir warten. Ich bin auf Sie wieder. Ich bin auf Sie. Ich bin auf Sie. Ich bin auf Sie. Die Fourth werden Sie. Dann können Sie sagen. Ich bin auf Sie. Ich bin auf Sie. Ich erkläre ihnen, dass du nicht furchtig bist. Nachdem du sie zu retten, ihre Familie ist sehr dankbar zu dir. Geh nach Hause, Thief. Unsere Entscheidung... Ich weiß nicht. Sie sind schweig. Ich schreie. Wenn du wirst, dann... Ich hoffe... Nicht schreie. Ich verstehe, was du zu sagen. Die Familie ist sehr wichtig für uns. No matter when, wenn wir eigentlich eine Familie waren. Es hat viel gemacht, um diese Territory zu retten, und ich kann es aber nicht schreien, jetzt, dass es um zu verlassen ist. Kannst du eine letzte Sache machen, während wir warten? Natürlich. Ich kann es mit wie es fühlt. Ich muss meine Gedanken auch organisieren. Danke. Danke. Tend. Soil. Food. Food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in. And the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil. There. First. Seed. Here. I haven't understood that. No need to translate. We will take care of it right away. We will take care of it right away. Nein, ich habe die Seine geschenkt. Es ist Zeit, um die Inverteidung zu verhindern. Ah! Wollowerflowers! Es war nicht so, aber es war die Inverteidung. Nein, da geht es dir etwas besser. Können Sie uns über den Dendro-Dragons? Wir wissen nichts über ihn. Wer ist es? Und was hat es mit dem King Desheret zu tun? Well, die Geschichte der Dragons beginnt von dem sehr Anfang von Tavat. Sumer war ein Peps-Territory. In den Tagen, die Lush-Rain-Foresten verletzten die ganze Nation. Oh, so es gab keine Desserts dann? Nicht am Anfang. Das kam, als eine große Spiegel fällt aus dem Meer, um eine große Strecke in die Rhein-Foresten zu verletzten. In einem versuchen, zu adaptieren zu ihrer neuen Umwelt, Apep verändert die Farbe aus dem Emerald-Grehen von der Rhein-Foresten, zu dem Yellow von der Sand. Kein Wunder, diese zwei Elemental-Lifeformen sind immer über die wichtigste Verletzten zu verletzten. Apep hat sich immer als der Master von Sumeru und hat versucht, die neue Ordnung zu verletzten. Auch jetzt, hat es wahrscheinlich noch eine große Hostilität gegen die Gäste. Aber, dass die Macht in der Skye und dann die verletztene Wunsch, viele Millenien später, hat es nicht möglich, irgendwelche Probleme zu verletzten. Und ich dachte, Drachen und Archonten verstünden sich gut. Konflicts zwischen den beiden Seiten sind bereit, bis eine Balance zu finden werden. Als ich weiß, Apep hat sich in den Deserten geflogen, und King Deshret hat sich in eine große Interesse gebracht. Vielleicht ist das Grund, Apep wurde verletzten. Ich bin nicht sicher, was hat es zu verletzten, zu werden. Aber, zu retten, ist definitiv unsere größte Priorität jetzt. Die Crystal, die ich in meinem Haus ist wahrscheinlich die Schlage die zwei Dinge zusammenbinden. Danke, Lord of Tentral. Family happy. Du wirklich magst sie, nicht? Family. Like. Do you not like your family? Uh, that's not what Paima meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Does that matter? Family likes me. I like family. Uh, Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. these are the fruits of time and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. What do you do if I change myself? It wouldn't matter. Paimon would still be able to recognize you. Right away. Oh? Hmm. Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. Hmm. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then a pep may be in danger. Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fun guys still wouldn't help us at all. Hmm. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? Mm-hmm. I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Urminsul covers every inch of the land. Did the prophecy see where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru. A murky place that no one can return from. Yeah. That must be the chasm, right? But what is it doing there? Hmm. It's impossible to preserve forbidden knowledge, but... What if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. All right. Yeah. I'll explain it once again. I'll explain it once again. Bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017